Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Flaschenbauer. Ich bin's wieder, eure Steffi. Und schaut mal, was es heute gibt. Eine rote Betasuppe. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt jetzt dran und schaut mir zu. Bis gleich! Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar natürlich als erstes Mal hier die rote Beete. Ich habe hier vier Stück und insgesamt sollte es 600 Gramm ergeben. Also wenn ihr kleinere oder größere habt, müsst ihr halt schauen, dass es so ungefähr ca. 600 Gramm ergibt. Genau, dann haben wir hier zwei Karotten, mittelgroße Karotten. Dann haben wir hier zwei Kartoffeln. Dann haben wir 100 Gramm Creme Fraiche, 20 Gramm Meerrettich. Wenn ihr frischen Meerrettich nehmt, dann nehmt ihr ein Stück. Dann haben wir hier noch drei Teelöffel Gemüsebrühe. Also so Instant-Gemüsebrühe. Dann haben wir ein Liter Wasser. Ja, dann brauchen wir noch Zwiebeln. Also eigentlich eine Zwiebel, wenn ihr eine große habt. Aber ich habe jetzt kleine, dann habe ich zwei genommen. Dann braucht ihr noch Pfeffer und Seils zum Würzen. Und ihr braucht etwas Butter und zwei, zwar ganz genau zwei Esslöffel. Genau. Ja, und dann fangen wir auch schon gleich mal an, würde ich sagen. Als erstes werde ich die Kartoffeln schälen. Und dann werde ich sie in so kleine Würfeln schneiden. Genau, das mache ich jetzt mal als allererstes. Und das mache ich dann bei den Karotten auch und bei der roten Beete natürlich auch. Aber für die rote Beete habe ich hier schon meine Einmalhandschuhe bereitgelegt. Weil, ja, ihr wisst ja, sonst kriegt man das nicht mehr so gut von den Händen weg. Genau. Also ich persönlich liebe ja rote Beete. Ich könnte nicht genug davon bekommen. Ja, einfach so dieses Süße. Liebe ich persönlich ganz, ganz arg. Genau, ich mache auch sehr gerne rote Beete Salat. Das habe ich aber auch schon in dem Video gezeigt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau. Und heute gibt es mal eine Suppe. So, dann schneide ich das jetzt hier als erstes mal in kleine Würfelchen. Dann können wir das Ganze eigentlich schon mal hier in unseren Topf reingeben. So, dann geht es weiter mit den Karotten. Da schneiden wir natürlich den Anfang und das Ende weg. Können wir ja nicht gebrauchen. So, und dann schälen wir auch die. Auch hier mache ich jetzt kleine Stückchen. So, die schneide ich einfach nochmal in der Mitte durch. Ha, bleibst du hier. Ja, abhauen gibt es nicht. So, und auch das kommt dann rein in den Topf. Da ist jetzt nicht ernsthaft eins reingeflogen. Ja, das ist auch Premiere. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass mir da was reingefallen ist. Aber, heute habe ich es geschafft. Zack, weg war es. Egal. Das kann man ja gut wieder hochholen. Das ist ja gar kein Problem. So, ich ziehe jetzt meine Handschuhe an. Und dann geht es nämlich der rote Beete an den Kragen. Fangen wir doch gleich mal an. Da auch hier schneide ich den Anfang und das Ende ab. So. Und die werde ich genauso auch schälen. Ja, die rote Beete ist jetzt geschält. Und auch hier werde ich jetzt wieder Stücke schneiden. Der Meerrettich duftet hier sehr, sehr gut und intensiv neben mir. Auch das kommt hier rein. Also, jetzt ist alles hier in meinem Topf drin. Und jetzt geht es weiter. Ich brauche jetzt zwei Esslöffel Butter. Die werde ich jetzt hier mit reingeben in den Topf. So, das Stückchen hier nehme ich auf jeden Fall mal noch mit. Und noch ein bisschen. So, dann mache ich das Ganze untereinander. So ein bisschen. Und dann mache ich den Herd an. Und lasse das Ganze jetzt so gut zwei bis drei Minuten. So ein bisschen andünscht, ne? So, dass praktisch auch die Butter verschmilzt. Und genau. Dann kommt nachher das Wasser dazu. Aber das zeige ich euch dann gleich. Ja, was mir gerade eben aufgefallen ist. Ich habe doch noch was vergessen hier. Zwei Zwiebeln liegen doch noch neben mir. Die müssen natürlich auch noch da mit rein. Ich habe den Herd jetzt ganz klein gemacht. Damit es nur so ein bisschen vor sich hin köchelt. Weil die Zwiebeln, die sorgen natürlich auch für den Geschmack. Und deswegen müssen die auch noch da mit rein. Schnell mal die Schale weg. Und dann werden die geschnitten. Und dann geht es schon ab rein in den Topf. Oh, ich liebe gar nicht Zwiebeln schneiden. Gar nicht. Ist wirklich sowas? Puh. Das macht normalerweise immer mein liebster Verlobter. Weil irgendwie, ja, bin ich da einfach extrem empfindlich, was das angeht. So, jetzt sind die Zwiebeln auch geschnitten. Die kommen jetzt da mit rein. Und dann lassen wir es noch geschwind noch mal vor sich hin köcheln. Jetzt mache ich es noch mal geschwind ein bisschen höher. Und dann kann man auch da dann jetzt letztendlich das Wasser dazugeben. So, jetzt kommt das Wasser da mit rein. Und dann kommt noch hier die Gemüsebrühe mit rein. Für den Geschmack natürlich. Und das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen vor sich hin köcheln, sodass es, dass nachher das Gemüse auch weich ist, wenn ihr reinstupft, beim Messer. Genau. Und ich mache da jetzt einfach mal den Deckel drauf. Und das Ganze dauert jetzt wahrscheinlich so circa 20 Minuten. Aber zwischendrin gebe ich immer mal wieder ein kurzes Update. Genau. Bis gleich. So, ein kurzer Zwischenstand, ein kurzes Zwischenupdate. Das Gemüse ist noch relativ hart. Also wir müssen noch ein bisschen warten, bis es weicher wird. Genau. Das machen wir jetzt mal noch. In der Zwischenzeit können wir aber schon mal anfangen hier mit unserem Meerrettich und unserem Creme Fraiche. Und zwar geben wir jetzt einfach hier zu dem Creme Fraiche, geben wir den Meerrettich dazu. Das kommt hier mit rein. Das Ganze wird dann untereinander gemacht. So, dann schmecken wir das ab mit Pfeffer und Salz. So, dann brauchen wir hier mal einen Teelöffel, damit ich das gleich probieren kann. Machen wir es nochmal untereinander. Dann probieren wir mal. Ja, schmeckt gut. Intensiv, aber gut. Ja, genau. Und das stellen wir jetzt beiseite, weil das kommt nachher dann auf die Suppe oben drauf. Genau. Und jetzt warten wir noch, bis das Gemüse weich ist und dann geht es auch gleich schon weiter. So, das Gemüse ist jetzt weich gekocht. Ich mache meinen Herd jetzt aus. Und jetzt, so kommst du da. So, jetzt pürieren wir das Ganze. Und zwar geht es jetzt da einmal los. Der hier kommt raus. Und dann fangen wir gleich mal an. So, wie ihr sehen könnt, meine Suppe ist richtig gut püriert. Und jetzt füllen wir das Ganze hier in die 634 Milliliter Drahtbügelgläser ab. Genau. Da fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar geben wir jetzt hier mit dem Trichter die Suppe einfach mal in die Gläser. Und ich finde, in diesen Drahtbügelgläsern, da wirkt die Suppe einfach so süß, so schön da drin. Einfach ganz anders direkt wie in einem Topf. Beziehungsweise nachher in einem Teller dann, wenn man es aus einem Teller isst. Ähm, genau. Ich finde, das macht einfach was her, wenn es hier in diesen Gläsern drin serviert wird. Und wie gesagt, es gibt ja auch kleinere Drahtbügelgläser. Wenn jemand nicht ganz so viel Suppe essen möchte, kann man natürlich auch kleinere Gläser nehmen. So, ich würde sagen, man lässt es jetzt erstmal so. So, die Suppe ist ja jetzt eingefüllt. Jetzt gebe ich da noch ein Klecks Meerrettich oben drauf. So, genau. Das Ganze stelle ich dann beiseite. Und dann befülle ich die anderen Gläser. Was ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, wenn ihr den, ich hatte ja jetzt kein frischen Meerrettich, aber wenn ihr frischen Meerrettich nehmt und den praktisch hobelt, dann ist es wichtig, dass ihr direkt im Anschluss, wenn ihr den gehobelt habt, direkt etwas Zitronensaft drüber gebt, weil sonst verliert der so ein bisschen seine Farbe. Okay, genau. Das wollte ich einfach noch am Rande erwähnen. So, aber jetzt füllen wir die anderen Gläser. So, wie ihr sehen könnt, die Suppe ist fertig. Sie steht schon vor mir. Und ja, wir sind am Ende meines Videos angekommen. Ich wollte noch an der Stelle kurz erwähnen, dass wir die 1000 Abonnenten, ne, jetzt im Video, während ich das aufnehme, noch nicht geknackt hatten. Aber wenn ihr es seht, dann haben wir es vielleicht schon geknackt. Dazu wird dann auf jeden Fall noch ein Special-Video erscheinen. Genau, seid auf jeden Fall gespannt und wartet ab, was euch da erwartet. Ja, aber wie gesagt, ich bin am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal, für die, die es noch nicht getan haben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Danke, eure Steffi. Ciao.